Ja, meine Damen und Herren, Richter am Wald, er hat sich gerade gestattet und er geht durch. Oh, faul, faul, was für ein Faul, das muss doch eine rote Karte geben für Bernie Diewalze, meine Damen und Herren, der hier wieder einmal seinem Namen alle Ehre macht. Richter scheint ernsthaft verletzt zu sein, meine Damen und Herren. Bedeutet das, dass aus für den Mittelstürmer, der sich gerade erst von seiner Beipass-Operation erholt hat? Dies wäre ein schwerer Rückschlag für Hertha BSC. Doch was ist das? Was geht da vor auf dem Rasen? Meine Damen und Herren, das werden Sie nicht glauben. Bisschen Pfefe.